Deshalb, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, haben wir eine Strategiegruppe eingesetzt, die sich mit Expertinnen und Experten der Diskussion pragmatisch widmen und eigentlich ein Resultat haben wollen. Wir wollen nicht englische Schnellschüsse, populistische Diskussionen, sondern wir wollen die Welt tatsächlich gerechter machen. Ich setze mich innerhalb der JG, also jungen Generationen der SPÖ, und wir als SPÖ setzen uns ein für Arbeit, von der wir alle leben können, für Wohnungen, die wir auch bezahlen können, und für Kind und Job.